Herzlich willkommen im Porsche-Zentrum Olympierpark. Der Satz, der alles auf den Punkt bringt, was uns ausmacht. Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen. Er ist unser Fixstern seit über 65 Jahren. Und er trägt alle Werte in sich, die unsere Arbeit und unsere Fahrzeuge prägen. Kein Wunder, formuliert hat ihn niemand Geringerer als der Schöpfer des ersten Sportwagens mit dem Namen Porsche. Ferdinand Anton Ernst Porsche, genannt Ferry. Wer Herzen höher schlagen lassen will, muss seines am rechten Fleck tragen. Sie haben eine Schwäche für schnelle Fahrzeuge? Arbeiten Sie daran. Arbeiten Sie mit uns. Besondere Fahrzeuge verkauft man mit besonderen Mitarbeitern. Sich dabei immer wieder selbst zu übertreffen. Ein Teil von unserem Porsche-Zentrum zu sein und zum Erfolg beitragen zu können. Die Grundlage der Motivation, jeden Tag das Beste zu geben. Wir vom Porsche-Zentrum Olympiapark sind überzeugt. Motivierte Mitarbeiter sind der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Dabei ist unser Erfolgsrezept für eine gesicherte Zukunft eine gesunde Mischung aus erfahrenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und engagierten Nachwuchskräften. So sind wir immer auf der Suche nach jungen Talenten, die daran interessiert sind, in einem dynamischen Unternehmen einen Gang höher zu schalten. Und die vor allem eins teilen. Unsere Begeisterung für die Marke Porsche. Bei allem, was wir tun, haben wir immer das Ziel vor Augen, unseren Kunden das einmalige Porsche-Fahrerlebnis dauerhaft zu gewährleisten. Sie auch? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir geben Ihnen die Chance, zusammen mit uns Ihre Zukunft zu gestalten. Hierbei vermitteln wir Ihnen auch unsere Werte und unsere Unternehmenskultur. Denn davon lebt unser Porsche-Zentrum. Damit unser Team optimal besetzt ist, bilden wir in einem breiten Spektrum an technischen und kaufmännischen Berufen aus. Sie sind automobil begeistert? Dann informieren Sie sich bei uns über unsere technischen Ausbildungsberufe. Sie haben Benzin im Blut und interessieren sich für die betriebswirtschaftlichen Abläufe in unserem Porsche-Zentrum? Dann informieren Sie sich bei uns über unsere kaufmännischen Ausbildungsberufe unter www.porsche-olympiapark.de